Hier haben wir noch was interessantes Leute, das habe ich eben gesehen Es ist ein outdated Video, würde ich mir trotzdem reinschauen, weil es Liebesgestellnis an Revi heißt. Wir schauen rein. Da wichst Dekin sich schon wieder die Hände voll, Alter. Der freut sich schon wieder auf den Upload. Das ist mehr als dumm. In der Zeit. Sie liebt dich, Revi. Was? Sie liebt mich? REVIVI SEIN! Oh, was sagt sie? Ich liebe Revi. Ohhhh. Ohhhh. Ui, guck mal. Guck mal. Ui. Als ob ich genau das gleiche noch mal gesagt habe. Bin ich dumm. Nochmal, nochmal. REVIVI SEIN! Ich liebe Revi. REVIVI SEIN! Ich liebe... Das drücke ich mir aus. Antonia? Äh, ja. Antonia hat tatsächlich gestern bei mir gepennt. Aber ganz ord... Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt hier passiert? Ganz ordentlich und anständig. Wie es sich gehört. Auf dem Sofa. Nicht, dass ihr hier auf falsche Gedanken kommt, Chat. Das ist doch klar. Erstmal Video ausdrucken. Danke für den Tipp von... Ich bin jetzt schwul geworden. Danke. Uus Müller freut mich. Bei dir im Bett? Ne, vielleicht fenn ich hier auch im Umsofa Chat. Der ist actually gar nicht so bad. Chillig. Was macht der? Keine Softdrinks. Kein Alkohol. Also... Nur wicken am Wickwoch. Ich bin jetzt bei uns bei Twitter und Instagram. Nur 30 Minuten. Nicht nachschauen. Wer meine Beiträge geliked hat. Zehn Minuten wird jetzt so... Um selbst zu kommen. Okay. Also ich habe ja meinen Dick in den Kuchen gesteckt. Also... Basically... Also was ist das für eine Frage? What the fuck? Man... Das ist genauso wie wenn man eine Mozzarella fickt. Also es waren ja nicht meine Finger. Es war ja die Gurke. Also das... Das finde ich... Ne. Das finde ich gilt nicht als Selbstbefriedigung. Es ist ja quasi unmöglich was zu finden. Also habe ich meine gesamte Strategie geändert. Mhm. Und habe gesagt... Okay, fuck it. Ich bewerbe mich jetzt einfach auf Immobilien, die sich normal sterbliche Menschen nicht leisten können. Okay. Und zwinge meine beste Freundin und ihren Freund plus Niklas mit mir einzuziehen. Okay. Okay. Also habe ich mich einfach auf so'n... So'n... So'n riesiges Haus beworben. Und habe gesagt... Okay. Herbert. Noch Kontakt zu Concrafter? Wenn ja, warum nicht schon längst abgebrochen? LG, dein Herbie45. Ja, du hast absolut recht, Bro. Ähm. Kleinen Moment. Haben wir Kontakt schon abgebrochen? Alles klar. Scheiß drauf. Ähm. Wir ziehen da jetzt einfach zu viert ein. Ich habe keinen Bock mehr zu suchen. I don't care. Okay. Ich habe in Tinder nur reingesagt, weil ich nach eurer Hilfe gefragt habe. Sag ich ganz einfach so, wie es ist. Hätte ich euch nach Hilfe gefragt, hätte es bestimmt geklappt. Ja. Warum bist du auf Tinder, Antonia? Warum bist du auf Tinder, Antonia? Was machst du auf Tinder? Was machst du auf Tinder? Antonia! Warum bist du auf Tinder? Warum ist Antonia auf Tinder? Ist sie nicht mehr? Ist sie runter von Tinder? Ja, Antonia, wirklich. Weil sie was Besseres sucht. Ist sie runter von Tinder? Ey, 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 ey. 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 Ja. Ist wirklich so, Junge. Ach, Wichser. Wichser! Unter Tränen. Ich habe schon damals beim Ostereier-Suchen, habe ich während des Suchens die, die ich gefunden habe, schon gefuttert. Du musst, äh, Lifehack ist, dass man sich die Eier in den Arsch steckt. Hahaha, Digga. Ja, der ist halt. Wuh! Oh, oh. Was war ich mal hier? Das ist Kevin auch passiert, als er so viel Bock gekifft hat. Oh, oh. Gold, Gold, das sind 45 Euro. 45 Euro und 45 Euro. Chill dich, Max. Mach meine Facecam nicht weg. 423.000 Gold. Archer, 120.000 Gold. Besteht Max-Content nur noch daraus Geld auszugeben? Kann das sein? Max. Giants. Okay, Max. Gehst du immer so weit weg? Kein Plan. Irgendwie fühlt sich das nice an, hier mit dem Movement. Ha. Oh Leute, wie geht's? Ich muss jetzt ein bisschen, weil wir sind nämlich sehr schwach. Echt? Ja, wir haben 12.000 bei Flottenstärke, das ist gar nichts. Also sind wir gar nicht so cool? Nein. Also sind die wirklich zu uns gekommen, weil wir dumm sind? Wir opfern eher unsere eigene Bevölkerung, als dass wir andere opfern. Also haben die uns wirklich geködert, weil wir dumm sind? Hallo, ich bin Reefd, 13 Jahre alt. Nein, schweinig. Headshot's auf. Schwanger ist sie auch noch. Auf, Jet. Oh, einer schon closed durch. Oh, was hat er? Hallo? Ja. Hallo, ja. Ja. Digga, der Mann tut mir so leid. Hallo, ja. Der Mann tut mir so leid. Papo, ja, hallo? Jet. Wir machen einfach unser eigenes Imperium. Okay. Das Imperium schlägt zurück. Zurück? Spasti. Zurück. Ich bin Voice Crack Andy. Hallo, Gänse und schon. Ich mach die Stühle wieder weg. Entschuldigung. Au. Bitte. Also. Ich weiß ja nicht. Raide mich. Okay. Ja. Ja, ja. Weird Champion. Das kriege ich hin. Bitte raide mich. Ich versuche, dich mal zu raiden. Oh. Aus Versehen gebannt. Das war lustig. Verklickt. Jetzt habe ich dich aus Versehen gebannt. Hm. Das war lustig, Max. Das war lustig. Sehr lustig. Ja, ja. Jo, Draco. Ich danke dir. Oh, jetzt wird es langsam ein bisschen feucht da unten. Ich bin aber jetzt auch dran, ne? Hallo, ich mache auch Pornos. Schau doch mal vorbei. Okay. Wo? 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 Natürlich. Natürlich. durch.